Hallo liebe Freunde der Baukunst! Heute geht es um einen Stellplatz. BKW-Stellplätze müssen 5 Meter lang sein. Der Stellplatz ist hier nur 4,20 Meter lang, würde also von dem Nachbarstellplatz, der hier dann rauskommt, entsprechend touchiert werden, wenn er in die Fahrspur ragt. Das darf natürlich so nicht sein. Der Stellplatz muss ausreichend tief sein, damit das Fahrzeug eben nicht in die Fahrspur reinragt. Ja, vor allem ist die Fahrspur-Stelle tiefer zu den... ...zauber einen bei den Rats-Locken.